Wissen Sie, dass das Kabel wellenförmig vergraben? Dann ist er gerade. Das war nur der Taster. Das ist der... Das ist der Kabelück, der sie im Kopf haben. Die Kinder haben einen Schaughflug und um den Kabel zu gehen. Jetzt machen wir das Schaughflug. Schon das Schaughflug mit einem Musik. Ich weiß nicht, oder? Ich schließe mich. Es parkt locker. Ich habe viel Angst, wenn man sich aufmerkommt. Jetzt siehst du so ein Durchdrecht, gell? Ja, das Draht schiebt man einfach auf den Kauern. Hält sich jetzt schon ein Draht? Nein, nein, nein. Wenn du das hörst, dann sieht man halt vertreten. Nein, Leute, das fliege ich nicht. Kommt mal hoch und fliege die Draht. Es wird besser, als es ist. Und dann wird es schon wieder rauskommen. Und zwar? Was? Andersrum. Ja, stimmt. Er würde jetzt auf der anderen Seite gehören. Er würde jetzt dagegen... Er fahre jetzt in die falsche Richtung. Ja, stimmt. Wir machen eine gute Frage, womöglich die Regierungen zu haben. Ich bin mir nicht mehr. Wir können hier mit ihnen das Problem solange hinbekommen. Ich bin da für ein paar Ideen. Ja, genau.